Ach, man kennt es, man hat ein Logo und irgendwie ist man nicht mehr so ganz zufrieden damit. Was ihr jetzt machen könnt, ist natürlich, hey, ihr könnt ein komplett neues Logo entwerfen oder ihr könnt ganz einfach hergehen und euer Logo hübsch machen. Und genau das habe ich mal mit dem ControlNet Version 1.1 gemacht und ich möchte euch heute zeigen, wie das funktioniert. Da der Prozess aber super einfach ist, möchte ich euch nebenbei auch noch erzählen und erklären, wie das ControlNet eigentlich insgesamt funktioniert. Denn wir haben hier eigentlich, sagen wir mal ehrlich, nur Kleinigkeiten, die wir bisher benutzt haben. Wir haben hier jetzt heute LineArt, die wir benutzen wollen. Die ganzen anderen Dinge hier haben wir noch nicht mal angefasst. Aber dazu kommen wir jetzt an. Und ja, ich möchte euch heute eben Stable Diffusions ControlNet zeigen. Wir haben das Ganze schon mal gemacht im letzten Video, wo wir QR-Codes hergestellt haben. Das sah dann so aus ungefähr. Das brauchen wir aber dieses Mal alles nicht. Also wir brauchen an sich keine fertige Stable Diffusion Installation. Denn das ControlNet ist auch eigenständig verfügbar. Und ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Zunächst einmal haben wir diesen Hugging Face Space hier. Das ist quasi eins zu eins das, wie ihr erkennen könnt, was ich hier auch habe. Nur eben auf der Website HuggingFace.co. Und ihr könnt hier im Grunde genommen auch alles machen. Ihr könnt es euch auch duplizieren in euer eigenes Ding. Das kostet allerdings was. Aber ihr könnt es auch einfach so gratis benutzen. Und wir gehen hier mal auf LineArt, wählen hier ein Bild aus. Ich wähle mal mein Logo aus. Mein transparentes Logo. Übrigens schaut, dass der Hintergrund wirklich weiß ist. Oder transparent ist es sogar noch besser. Und der Vordergrund, also die Linien müssen schwarz sein. Sonst funktioniert da gar nichts. Und ja, dann, wenn ich hier auf LineArt gegangen bin, kann ich hier ein Prompt eingeben. Zum Beispiel Aerial und Forest. Das ist das, was bei mir bisher am besten funktioniert hat. Das ist das, was wir hier sehen können. Ich fand das eigentlich ein ganz schönes. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, die ihr benutzen könnt. Aber ich fand die eigentlich ganz hübsch. Und dann kann ich hier auf Run klicken. So, jetzt haben wir aber das große Problem. This application is too busy. Keep trying. Kleiner Funfact. Ich wollte das Video hier schon gestern aufnehmen. Und gestern Mittag um 11 Uhr. Vormittags eigentlich sogar noch. Hat es angefangen. Und niemand konnte mehr diesen Space hier benutzen. Jetzt ist gerade 7.42 Uhr morgens. Also, kein Scheiß. Das ist wirklich 7.42 Uhr. So, damit ihr mir glaubt. Ja. 7.42 Uhr. Und es ist trotzdem too busy. Das bedeutet einfach, dass zu viele Menschen gerade versuchen, dieses Projekt hier online gratis zu benutzen. Und es läuft im Hintergrund auf einer T4-Instanz. Was das genau ist, muss euch gar nichts sagen. Aber das bedeutet, dass die Instanz ausgelastet ist. Sprich, für den Moment ist diese Applikation einfach online viel zu beschäftigt. Und wir können sie halt nicht gratis benutzen. Wir können jetzt hier, wie gesagt, auf Duplicate Space gehen. Und da brauchen wir dann ein Konto. Und das kostet auch was. Wir können das ganze Ding aber auch komplett gratis auf unserem Rechner ausführen. Und klar, wenn ihr mit dem Smartphone unterwegs seid, ist das jetzt nicht unbedingt eine Option für euch. Aber wir können, wie gesagt, hier das Ganze auch einfach bei uns ausführen. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. So, zunächst einmal brauchen wir natürlich irgendwo einen Ordner. Und ich habe jetzt einfach mal den hier genommen. Und ihr müsst Git installiert haben. Das haben wir schon so oft benutzt. Ihr kriegt auch Anleitungen dazu, wenn ihr einfach nur nach Git sucht. Ich zeige euch mal eben, was wir machen müssen. Großschreiben drücken, Rechtsklick drücken und PowerShellfenster hier öffnen. So, dann sind wir hier in unserem Dings drin. Wenn ihr hier Git eingibt und es wird euch nicht diese Hilfe angezeigt, müsst ihr es noch installieren. Dann einfach schauen, wie ihr es installieren könnt. Ich habe dazu 150.000 Tutorials gemacht. Funktioniert relativ einfach. So, was wir anschließend machen, ist git clone minus minus recursive, damit wir alles bekommen. Das ist mal hier ein bisschen größer. Minus minus recursive, damit wir auch die Unterordner bekommen. Und dann ist es lustiger, wir müssen nicht ein GitHub Repository dafür haben, sondern mittlerweile kann man auch ohne Probleme von Hugging Face einfach das Ganze klonen. Und ich kann hier einfach diese URL von dem Space nehmen, weil das einfach hier eine fertige Anwendung ist. Das ist quasi, hier läuft die App, hier hinten dran liegen die Files. Also das kann ich eins zu eins machen. Das ist quasi ein GitHub Repository, was wir hier haben. Das ist super. Kann ich hier einfach einfügen und ja, dann theoretisch hier einfach Enter drücken. Was dann passiert ist, ich breche das jetzt bei mir mal ab, dann bekommt ihr diesen Ordner ControlNet 1.1. So, genau diesen Ordner braucht ihr. Und wenn ihr das gemacht habt, dieses git clone, geht ihr in genau diesen Ordner rein. Das heißt, ihr sagt CD ControlNet. So, jetzt solltet ihr ls drücken und dann sollte ungefähr das hierbei rauskommen. Ihr solltet auf jeden Fall eine App.py haben und ungefähr diese Dateien. Das kann sich natürlich ändern, wenn es zum Beispiel Version 1.2 wird oder sowas. Aber ganz grob ein paar Python-Dateien solltet ihr haben. Jetzt solltet ihr natürlich Python installiert haben. Auch dazu habe ich ein Tutorial gemacht. Kann ich euch auch verlinken. Ansonsten geht auf meinen Kanal, dann einfach dort die Python-Tutorials auswählen. Total easy. Und ihr bekommt sogar von Windows gesagt, wie ihr es installiert. Also, überhaupt kein Problem. So, und was wir jetzt brauchen ist, wir müssen die Requirements installieren. Das heißt, die Requirements, alles, was quasi an Bibliotheken verwendet wird, steht in Requirements.txt drin. Die müssen wir nicht mal angucken. Wir müssen einfach nur machen pip install minus q minus r und dann Requirements.txt. Und das reicht schon aus, dass wir alle Requirements hier installieren. Das installiert euch allerdings auch eine riesige Bibliothek namens Torch. Ja, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal was mit Stable Diffusion und so gemacht habt. Und die frisst unfassbar viel Speicher. Also nicht wundern, wenn das wirklich eine ganze Weile geht hier. So, okay. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir das ganze Projekt eigentlich soweit importiert. Und jetzt können wir all das, was wir hier haben, ausführen. Und zwar mit Python. In meinem Fall ist das Python Version 3.10. Wenn ihr mehrere Versionen habt, schaut, für welche ihr gerade die Bibliotheken installiert habt. Ihr könnt minus 3.10 schreiben, dann bekommt ihr auf jeden Fall die richtige Version. Und ja, dann einfach die App ausführen. Also App.py hier ausführen. Einmal starten. Und let's go. So, das dauert ein bisschen zum Starten. Beim ersten Mal starten, nicht wundern. Da wird euch auf jeden Fall einiges runtergeladen. Da laufen natürlich noch Modelle im Hintergrund, die ihr nicht habt. Also neuronale Netze, die einfach nicht bei Git-Clone mitgeklont werden, weil sie zu groß sind. Das macht die Anwendung hier für euch. Das heißt, die lädt automatisch die Modelle runter. Auch das hat bei mir ungefähr so 20 Minuten gedauert. Wobei mein Internet heute wieder mal komplett furchtbar ist, okay? So, dann steht hier die URL, auf der ihr es finden könnt. Das ist 127.01.7860. Das können wir kopieren. Hier oben einfügen. Fertig. Und dann haben wir dieses ganze Ding schon bei uns gelauncht. So, jetzt ist es wichtig, dass wir hier auf Lineart gehen. Die anderen Dinge hier, die kann ich gerne nochmal irgendwann anders zeigen. Wir wählen hier ein Bild aus. In unserem Fall ist das hier mein Logo, das ich transparent habe. Ihr könnt aber einfach auf Wikipedia gehen und dort ein schwarz-weißes Logo raussuchen. Wikipedia hostet einen Haufen Logos. Hier können wir dann sagen, Aerial und Forest, also Bild in der Luft und dann von dem Wald. Und dann gehen wir hier auf Run. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Im Hintergrund wird das Base-Modell Runway ML Stable Diffusion Version 1.5 heruntergeladen. Das dauert bei euch auch nochmal beim ersten Mal so ungefähr 5 Minuten oder sowas, würde ich sagen. Und ihr bekommt zwei Bilder als Ausgabe. Ihr könnt grundsätzlich auch das Base-Modell ändern. Das würde ich euch allerdings nicht empfehlen. Ich habe mit Runway ML definitiv die besten Ergebnisse hier bekommen. Aber vielleicht hat jemand in den Kommentaren eine ganz gute Idee, was man sonst noch machen könnte. Dann haben wir hier Advanced Options. Falls ihr was mit Anime macht oder sowas. Das Line Art ist aber eigentlich das, was wir hier mitmachen. Also wenn wir so ein Logo in Schwarz-Weiß drin haben. Bild auflösen könnt ihr einstellen. Number of Steps könnt ihr einstellen und so weiter und so fort. So. Okay. Und ja, jetzt haben wir hier zwei Bilder bekommen. Also nicht wundern, dass es gerade ein bisschen seltsam aussah. Die sind halt nebeneinander gequetscht, weil sie eigentlich eine andere Auflösung haben. Das ist das erste Bild. Und an dem kann man wunderbar erklären, was eigentlich ControlNet tut. Das ControlNet ist hier. Und sorry, dass ich ein bisschen heiser bin. Ist hier dabei gewesen und hat uns eigentlich Kanten rausgesucht. Das heißt, es hat Kanten berechnet. Diese weißen Dinger hier sind einfach Kanten. Schwarz ist einfach nicht vorhanden. Also quasi der Hintergrund in dem Fall. Und die weißen Linien hier sind meine Kanten. Und diese Kanten möchte ich nun, also die wurden da quasi aus dem Bild raus extrahiert. Das ist jetzt meine ControlMap. So heißt die. Und die wird jetzt in meinen Stable Diffusion Prozess reingepresst. Als Konditionierungsmatrix. Das hört sich jetzt kompliziert an. Im Endeffekt heißt das, bitte Bild, ich weiß, deine Eingabe ist komplett zufällig. Aber mach, dass hier diese Kanten auch vorhanden sind. Dass diese Kanten im Bild auch wieder zu sehen sind. Und naja, wenn die Kanten irgendwie im Bild zu sehen sein sollen, dann sagt sich Stable Diffusion, ja gut, okay, aber irgendwas muss ich jetzt damit machen. Und naja, dieses irgendwas ist jetzt genau das hier geworden. Sprich, ich hab meine Kanten, die vorgefertigt sind. Und Stable Diffusion füllt alles, was zu dieser Kante dazugehört oder eben was in der Nähe der Kante ist, was vielleicht innen drin ist, ein bisschen anders. Das sieht ja schon in diesem Wald aus, als wäre es so ein kleines Gebäude. Und genau das sehen wir auch hier. Wenn wir so ein Bild von oben uns betrachten und wir denken, aha, das ist jetzt also in meinem Wald vorhanden und ich kann hier draußen und drinnen entscheiden, was das sein soll, würde ich wahrscheinlich auch draußen in den Wald erwarten und innen drin zum Beispiel im Gebäude. So, und genau so sieht das dann am Ende aus. Oder vielleicht irgendwas Abgeholztes oder sowas. Und das heißt, es wird quasi dieser Fakt einfach genutzt, dass wir hier bei Stable Diffusion in diesem Prozess, also mit diesem Base-Modell hier unten, mit diesem RunwayML Stable Diffusion 1.5, dass wir das immer benutzen mit einem zufälligen Input. Nur, dass dieser zufällige Input jetzt gesagt bekommt, da sind bitte Kanten in meinem fertigen Bild. Und das ist super, super praktisch. Und ich kann das natürlich jetzt auch mit anderen Sachen machen. Ich muss sagen, diese Aerials funktionieren am besten mit meinem Logo. Es gibt andere Logos, die können auch andere Sachen. Ich zeige euch mal was anderes. Das, okay, das letzte war cooler, was ich damit generiert habe. Aber ich zeige euch mal, wie es anders aussehen würde. Cyberpunk City, wenn ich das eingebe, hatte ich das letzte Mal quasi eine, also mein Logo als Gebäude, was ein bisschen seltsam aussah. Aber, ja, genau das meine ich. Also das funktioniert einfach mit meinem Logo nicht. Aber wenn man ein anderes Logo dafür hat, dann klappt das auch damit wunderbar. Dann sollte es nur vielleicht nicht unbedingt rund sein, weil so sieht es ein bisschen seltsam aus. So ist es quasi irgendwie, naja, Leuchtreklamen oder so. Kann man aber natürlich auch damit bauen. Also seid hier gerne kreativ. Ich kann hier auch sowas wie Leuchtreklamen bauen. Also wenn ich zum Beispiel mal ein bisschen hier mit Neon Science rumexperimentieren möchte, geht das natürlich auch. Ich kann hier sogar die Farbe natürlich einstellen. Cyan, ähm, Violet oder sowas. Und kann da draus was bauen. Also man kann sich da wirklich austoben. Und ich persönlich fand einfach das mit dem Forest am schönsten. Ähm, ja, bisschen, ne. Genau, aber ihr versteht, was ich meine. Also das heißt, meine Line Art, also meine schwarzen Linien in diesem Fall, werden als Guidance verwendet für mein Modell. Und in diesem Fall sehr, sehr stark. Jetzt hatten wir uns das letzte Mal auch mit Stable Diffusion, mit dem Standardmodell, das Ganze angeeignet. Ihr könnt das auch in eurer ganz normalen Stable Diffusion Installation verwenden. Ähm, da gab es auch das ControlNet als Add-on. Hat bei mir in meinen Tests nicht so gut funktioniert, wie mit diesem ControlNet hier, weil ich ein paar Einstellungen einfach schlechter hatte oder sowas. Ähm, und übrigens, es gibt hier auch einige Advanced Prompts, die könnt ihr euch natürlich rauskopieren. Aber ja, ähm, also insgesamt bin ich ziemlich happy mit den Ergebnissen, die wir hier bekommen. Gut, das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich mach mal ein anderes, ein schöneres. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, eine ganz coole Sache, wenn man ein Logo hat und damit ein bisschen rumexperimentieren möchte. Und das ist cool zum Beispiel. Das, das gefällt mir. Müsste man jetzt noch vielleicht ein bisschen in Photoshop bearbeiten. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Alternative. So, jetzt dürft ihr mir sagen, was ihr damit baut, ähm, und was ihr vor allem noch sehen wollt. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.